Oh mein Gott, in welchem Raum bin ich denn jetzt gelandet? Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind vielleicht im schwierigsten Titan in Breath of the Wild. Also, die DLC ist jetzt ausgeschlossen. Nämlich sind wir in dem Titan Wannaboris, dem Donner-Titan. Und im letzten Part konnten wir mit Rio und dem Donner-Helm endlich in diesen Titan eindringen. Und nun ist es natürlich unsere Aufgabe, den Titan zu besänftigen und ihn vom Fluch zu befreien. Und dafür müssen wir, wie immer, die Kontrolleinheiten aktivieren. Und dazu gehört auch diese hier. Ich möchte ganz kurz gucken. Alles klar, das ist die hier. Und ich würde sagen, die drehen wir jetzt erstmal. Weil wir müssen da irgendwie zu der Kontrolleinheit. Und ich weiß gerade echt nicht, wie ich da reinkommen soll. Warte mal, ist da vielleicht irgendwie unten ein Eingang? Oh, warte mal, vielleicht da oben ist ein Eingang. Nein, da kann ich ja gar nicht hin. Warte mal. Hilfe, ich werde gleich erschlagen. Wie komme ich da rein? Warte mal, ist da unten ein Eingang? Auch nicht. Puh. Ist da gar kein Eingang? Hä? Hallo. Warum ist denn da kein Eingang? Ich versuche, diesem Titan ein bisschen besser zu sein als im letzten. Okay. Deswegen streng ich mich an. Ja gut, dann ist da anscheinend kein Eingang. Ja, ich habe mich schon gefragt, was diese Gitter bedeuten. Also, es könnte sein, dass die Gitter deaktiviert werden, wenn wir den Stromkreis hier irgendwie schließen. Deswegen habe ich auch irgendwie so den Verdacht, dass der Stromkreis hier weitergeführt wird, wenn wir die Sachen drehen. Deswegen drehe ich das jetzt nochmal, weil vielleicht aktiviert sich ja noch irgendein Stromkreis. Dieses Loch ist Hass. Warte mal, wir gehen mal mit dem Loch mit. Oh, oh! Oh! Was ist hier? Ein anderes Loch. Hallo? Brr. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Da hinten ist ein Loch. Und da hinten ist noch ein Loch. Okay. Ich nenne es jetzt lieber mal Eingang, sonst... Klingt es zu... Wow. Klingt es zu falsch. Kann ich das kaputt machen? Wow! Ich bin schon da. Ha! Das war unspaßt. Okay. Und kaputt. Ah, gib mir die Axt, gib mir die Axt. Die ist gut. 30 Schaden. Let's go. Dann nehmen wir den Rest mal mit. Und gehen weiter. Und gehen weiter. Und finden weiter Schleim. Also, ich weiß echt nicht, ob da ein Auge ist oder so. Ich werde das ein bisschen einfach wegspringen. Nichts passiert. WTF? Hier ist der Stromkreis. Warte mal. War der denn auf der anderen Seite dann auch? Da ist nix. Okay. Müssen wir uns dann auf der anderen Seite auch nochmal anschauen. Was ist hier? Noch ein Eingang. Vielleicht mal endlich wieder eine Kontrolle. Oh! E-Chest! Die nehme ich auch. Fünf Bombenpfeile. Ja. Die kann man auch mal mitnehmen. Gut. Okay. Ähm. Boah. Sehr nice. So. Gehen wir nochmal zurück. Weil. Was können wir jetzt mit diesem Stromkreis machen? Warte mal. Ah. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Auf was für ein, ähm. Für ein Element gucken wir denn hier gerade? Auf das. Okay. Das könnte interessant sein. Warte mal. Ja. Warte mal. Wir haben alle Stromkreise. Ja. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Gut. Okay. Dann können wir nochmal ganz kurz auf die andere Seite. Weil wie gesagt. Will ich von da aus nochmal ganz kurz gucken. Ob es da eine explosive Wand gibt. Und das sollte dann. Ne. Weil hier wäre dann ja die Kontrollstruktur. Ja. Was heißt Kontrollstruktur? Der Stromkast. Aber wo sollen denn eigentlich noch die ganzen Kontrollstrukturen sein? Das müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Eine da oben. Eine. Hier. Hier. Echt? Eines noch hier. Oh dann. Da drin. Ach ist das der unbegehbare Kasten. Ja okay. Okay. Dann. Gehen wir da jetzt erstmal noch nicht rein. Sondern suchen nochmal nach den anderen Kontrollstrukturen. Gehe ich jetzt zur anderen Seite? Äh. Warte mal. Ja. Okay. Gut. Ach hier ist die nächste Kontrollstruktur. Die haben wir noch nicht aktiviert. Doch. Klar haben wir die schon aktiviert. Oder? Ne. Wenn. Die muss ja leuchten. Okay. Dann holen wir die uns auch nochmal. Weil ich denke mal. Je mehr Kontrollstrukturen. Wir aktivieren. Desto besser. Wasser. So. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ähm. Kann ich von hier aus gar nicht aktivieren? Ich kann es von hier aus gar nicht aktivieren. Super. Warte mal. Dann müssen wir uns wohl hier drauf stellen. Ja okay. Cool. Hatte ich es ja gerade schon so ungefähr richtig. Ja gut. Dann nochmal einmal dritte drehen. Bitte drehen. Bitte drehen. Bitte drehen. Ähm. Shit. Ich bin an der falschen Stelle. Obwohl. Ne. Geht eigentlich. Da noch einmal drehen. Ey. Das kann es doch nicht sein. Wie komme ich denn da oben rauf? Fuck. Also wir könnten vielleicht von der anderen Seite da hochkommen. gehen. Okay. Testen wir mal. Ach Mist. Okay. Ja. Nächste Chest. Antike Achse. Brr. Abfall. Ja und wie komme ich jetzt an das Ding ran? Hallo? Oh warte mal. Da ist jetzt das hier. Ah dann können wir auch nochmal gucken. Also das Loch müssen wir uns echt nochmal angucken. Und. Ah warte mal. Ah. Wenn ich das richtig sehe ist da ein Loch. Das bedeutet. Nochmal drehen. Ja okay. Gerade war das. Warte mal. Ich glaube ich weiß wie es geht. So. Ich glaube so geht es. Das müssen wir auch nochmal drehen. Weil ich muss. So glaube ich. Ich muss da raus nämlich. Aber dafür muss ich halt eine Leiter haben. Was heißt Leiter? Eine Treppe. Äh. Ich brauche eine Treppe. So. Gut. Ich muss da raus. Und. Dann muss ich von hier aus das Netz weiter drehen glaube ich. So. Dann müssen wir jetzt warten bis das Kontrollsegel hier raus kommt. Ha. Ja. Guten Morgen. Ist irgendwo ein Auge? Kein Auge. Kann man auch nicht töten. Okay. Dann müssen wir es überleben. So. Machen wir schnell. Zack. Direkt untersuchen. Und. Dann. haben wir das nächste Kontrollsegel. Noch vier Stück. Alles klar. Oh. Müssen wir uns nochmal drehen. Eieiei. Jetzt wird es hässlich. Aber vielleicht können wir irgendwann raushüpfen. Ja. Oder? Können wir raushüpfen? Äh. Noch nicht. Hallo? Ich möchte ja raus jetzt endlich. Ja. Perfekt. Gut. Wir sind draußen. Hier ist der nächste Stromkreis. Und da ist halt immer noch. Warte mal. Da ist immer noch ein Kontrollsegel hier in der Mitte. Das wundert mich jetzt aber gerade. Oh oh. Das war jetzt eher nicht geplant. Und da ist auch noch eine Truhe. Ja. Warte mal. Die können wir ja dann noch bekommen. So. Ähm. Ich kann mir auch schon vorstellen, wie wir an das Kontrollsegel da drüber rankommen. Das dort beim Rüssel, sage ich mal, ist schon etwas schwieriger. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Es gibt hier noch ein Kontrollsegel anscheinend. Und das versuche ich gerade immer noch zu finden. Ist es gerade... Es ist gerade hier irgendwo. Oder... Ah, ne. Ich glaube, das ist das, was über mir ist. Okay. Gut. Dann müssen wir uns darum ja erstmal jetzt nicht mehr kümmern. Gut. Gucken wir jetzt erstmal hier hin. Wir sind auf einer guten Position. Das ist eine sehr gute Position. Alter. Fast verkackt. Weil... Hier irgendwann müsste das Kontrollsegel kommen. Einfach irgendwann zu uns. Irgendwann müsste es hier rauskommen. Hm. Okay. Wo ist denn das jetzt? Was war doch die ganze Zeit hier? Dann gucke ich auf die... Da. Ja. Sehr schön. Da haben wir es. Das nächste Kontrollsegel. Noch drei. Zwei über uns. Und eins vorne. Hm. Und ich denke mal, das geht nur auf, wenn wir... Ja, vielleicht alle Kontrollsegel haben oder den Stromkreis. Aber der Stromkreis war doch schon an. Oh, obwohl... Warte mal. Das da hinten. Das da hinten könnte vielleicht der Schlüssel sein. Shit. Das dreht sich aber nicht mit. Okay. Was ich mich aber... Was ich mich aber... Nein, muss ich mich eigentlich nicht fragen. Dort hinten geht es raus. Aha. Was ich mich aber aktuell noch frage ist, wie wir da hinkommen. Weil ich sehe da jetzt immer noch keinen richtigen Eingang. Ach, da hinten ist jetzt auch erstmal dicht. Aber das da hinten ist halt sehr interessant. Da kann man anscheinend raus. Vielleicht ist ja auch irgendwie eine Treppe nach oben. Hm. Ich weiß aber auch leider nicht, wie ich da hochkommen soll. Ist denn hier noch irgendwo anders ein Weg nach oben? Weil sonst würde ich halt den da hinten nehmen. Warte mal. Gehen wir mal ganz kurz so da ran. Warte mal. Das ist eine... Da ist ein Durch... Also was heißt Durchgang? Da ist ein Weg, sag ich mal. Ja. Gut. Okay. Dann gehen wir mal raus hier. Okay. Und hier muss der Strom durchfließen. Ist das eine Leiter? Ja. Okay. So. Hier können wir schon durch. Nein, können wir nicht. Okay. Ja, vielleicht empfährt sich das durch die Elektrizität. Hm. Und diese Elektrizität bekommen wir anscheinend jetzt nur... ...durch... ...durch... ...ja, den... ...Stromkreis von da unten. Und es geht wirklich nicht weiter nach da? Das ist nicht so gut. Ja, warte mal. Dann... ...ist der Stromkreis nach... ...hier schreit. Aber irgendwas... ...fehlt hier. Oh, warte mal. Ich glaube, der Stromkreis muss an die Decke. Warte mal. Nochmal weiter. Oder? Ja, der dreht sich. Sehr gut. Jetzt müsste er, glaube ich, hier stehen bleiben. Perfekt. Und jetzt muss sich das drehen, bis sich der Stromkreis hier aktiviert. Ja! Sehr gut. Okay, aber nicht sterben. So, inwiefern... ...kann ich das jetzt hier bewegen? Okay. Das ist jetzt nicht mehr mit Elektrizität gefüllt. Das ist noch... Ne, das ist auch nicht mehr. Okay. Das auch nicht mehr. Warte mal. Okay. Gibt es denn noch irgendwas, was ich benutzen kann? Weil das... ...könnte schon... ...bisschen kritisch werden, sonst. Oder kann ich das irgendwie... ...pfff... ...okay. Weil, kann ich das runterschieben? Ne. Und das kann ich jetzt nur noch damit verbinden, irgendwie? Ja. Und das... ...ja, aber dann bringt das mir doch gar nichts mehr. Weil ich komme da ja gar nicht weg. Aber ich frage mich auch die ganze Zeit, was der hier aktivieren soll. Was ist denn hier hinten? Eine Leuchtfackel. Es muss einen Grund haben, dass wir die verschieben können. Irgendwas muss da durchfließen. Warte mal. Puh. Ey. Gut. Gut. So, und jetzt sollen wir hochklettern, oder was? Okay. Dann werden wir das tun. Ne, warte mal. Kommen wir von hier überhaupt rauf? Ich möchte aber irgendwie immer noch da durch. Warum kann ich da nicht durch? Ne, auf beiden Seiten keine Chance. Hm. Ich glaube, wir müssen dann... ...von außen... ...ä, was heißt von außen? Von oben eher drauf. Kann ich... Ne, da kann ich auch nicht rauf. Hier kann ich aber rauf. Ja, das bringt aber nichts. Das muss schon einen klaren Weg geben. Das kann ich aber auch nicht verändern, oder so, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwie nochmal drehe. Oh, warte mal. Shit. Ne, jetzt habe ich das... Oh, doch. Warte mal. Okay. Lass uns mal hier stehen bleiben. Und nochmal so drehen. Weil da müsste sich der... ...Stromkreis wieder aktivieren. Und dann könnten wir... ...auf dem Ding stehen bleiben. Hat sich das aktiviert? Ja. Okay. Und? Ja, da brauchen wir eigentlich jetzt... ...keinen Bombenpfeil. Oder doch? What the fuck? Oh, muss ich an ihn ran? Ja. Ja, okay. Gut. Dann ist der auch Geschichte. Wo? Boah! Ist ja ein bisschen erschrocken. Wo führt mich der Aufzug hin? Ich habe immer noch Kein Kontrollsiegel gefunden Wie hoch führt er mich? Bis hier oben Wo führt mich das hin? Vielleicht zu einem Wächter Aber hierfür müssen wir den Aufzug noch aktivieren Okay Dann gehen wir jetzt erstmal da runter Ich weiß leider immer noch nicht, was diese Fackeln da bedeuten Die kamen aber schon häufiger vor So, was ist denn hier? Machen wir nochmal einen Doppelschussbogen Wow Ähm Nehmen wir mal Leute, wieso habe ich so viele Fackeln? Achso, wegen dem Jägerverstecker So, weg mit dir Ist auch kein Kontrollsiegel Habe ich jetzt so langsam keine Ahnung mehr Nehm ich mal mit Aber dann kann ich ja gar nichts mehr machen hier Oh, warte mal, hier ist eine Leiter Ja, endlich Perfekt Vielleicht finden wir jetzt ein Kontrollsiegel Ne, eine Kiste Och Mann Ich habe nichts gegen Kisten Aber Bro Please Jetzt können wir da mal drehen Oh Alles klar Das macht Sinn Also der Donner-Titan ist viel einfacher als der Varuta-Dingsbums Ja, Bro Wo ist denn sein Auge hier? Oder vielleicht bin ich auch ein bisschen schlauer geworden Kann auch sein Hä, aber Wo ist sein Auge? Ich komme da nicht rüber Och, jetzt habe ich einmal die Chance Oh, warte mal Kann ich mich da Komm, Link Ja Scheiße, Mann Das war überhaupt nicht gedacht so Okay Toppass Mhm Gut, hier ist eine Ja, da ist eine Platte Ich heile mich gleich mal Zuvor will ich aber jetzt erstmal Darüber Um vielleicht endlich mal wieder ein Kontrollsiegel zu bekommen Aber es sieht danach aus Ich weiß aber auch gar nicht mal, wo ich bin Ah, da unten ist das Kontrollsiegel Und hier oben Ist eine Elektrokugel Oh, warte mal Ich glaube, wir können den gut zerstören Na, das geht besser Okay Ja Noch eine Bombe und dann haben wir es Ja, perfekt Ach, dann müssen wir ihn halt episch killen Oder warte mal Vielleicht die Elektrokugel kann ich töten Ich hoffe, wir können hier nochmal zurückklettern Kein Bock, den Weg nochmal zu machen Ah, Mist Dann tschüss Oh, er hat so eine Wächter-Axt Warte mal, komm nochmal zurück Kann ich das aktivieren? Was ist mit diesem Kontrollsiegel? Wieso kann ich das nicht bekommen? Ich verstehe das nicht No shit Ich verstehe es nicht Aber irgendwas werden wir mit dieser Elektrokugel machen können Hm Aber es hat sich ja immer noch kein Auge geöffnet Oder? Ich sehe halt auch Oh, warte mal Ne Ich sehe halt auch kein Auge Keine Ahnung Vielleicht ist das noch tiefer verankert Mit dem Titan Vielleicht ist es auch das letzte Kontrollsiegel Was wir machen müssen Ich weiß es nicht Kann ja alles sein So, dann gehen wir nochmal rüber Weil irgendwo müssen wir jetzt Ähm Diesen Elektroball einsetzen Hier ist alles elektrisiert Da unten auch Da auch Pff Also eigentlich Macht es nur Sinn Das Ding da hinten einzusetzen Weil hier gibt es keinen Verwendungszeck dafür Oder? Hä, da ist ja noch eine BTF Okay Warte, wir gehen nochmal runter Da ist sogar noch eine Kiste Bro Was habe ich denn eigentlich gemacht? Ja gut Dann holen wir uns halt nochmal die Kiste Die Kiste ist aus Metall Das bedeutet Wir könnten sie vielleicht Im Notfall auch noch Für Elektrizität benutzen Okay Ja, aber ich möchte jetzt Erstmal nochmal schauen So Also was Was wir halt auch machen können Ich wusste, dass das irgendwann passiert Ich wusste es einfach Was ist das denn? Oh mein Gott In welchem Raum bin ich denn jetzt gelandet? Und hier braucht man natürlich Oh, der lebt noch Und hier braucht man Oh, okay Und hier braucht man natürlich die Elektrobälle Natürlich Genau Beide Beide Es ist unfassbar Aber wir haben anscheinend noch eine Chance Die Sache nochmal zurückzuholen Achso Wir sind auch wieder beim Aufzug Okay, gut Ja, ich werde aber wie gesagt Jetzt erstmal nochmal Irgendwas reinhauen Boah Wieso habe ich denn eigentlich so kranke Sachen? Machen wir mal das Und Dann Fahren wir nochmal mit dem Aufzug hoch Und werden dann mal Die ganzen Sachen Dann da runterschmeißen Ich werde den Part jetzt extra ein bisschen länger machen Dass wir halt im nächsten Part dann schon Den Donnerflug machen können Ich hoffe, das ist okay Okay, ich werde jetzt erstmal alle einzeln runterschmeißen Ja, okay, das ist zum Glück auch Ja Ich hoffe, der ist runtergefallen So, und dann Jetzt noch du Guck mal her Ist der da runter jetzt gefallen? Ja Gut Dann wollen wir mal Einmal hier Und einmal hier Ja Das nächste Kontrollsiegel Stark Boah, das gibt gerade so viel Selbstbewusstsein Dass ich diesen Titan alleine mache Scheiße Puh, Leute Ich werde mich bei diesem entspannten Anblick Verlassen Ne Habe ich mir jetzt gedacht Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild Dort werden wir die letzten zwei Kontrollsiegel machen Und den Donnerflug bekämpfen Ich werde bestimmt in der Zeit vielleicht nochmal Ähm Also erstmal holen wir alle zwei Kontrollsiegel Und dann werde ich nochmal Zu Terry fliegen Und mir Pfeile holen Äh, ja Und ja Dann sehen wir uns im nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns Haut rein Und dann Ciao Das war's mit dieser Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Um weitere Folgen nicht mehr zu verpassen Drücke in der Mitte und abonniert den Kanal Und aktiviert die Glocke Wenn euch der Part generell gefallen hat Liked das Video Um das ganze Let's Play ohne Unterbrechung zu schauen Klicke hier auf die Playlist Um ein anderes Video zu sehen Drücke hier